Willkommen bei einem neuen Video. Ich stelle euch heute mal den Stellplatz Tetschwitz vor. Das habe ich schon mal vor ein paar Jahren getan, aber dieses Mal hat sich ziemlich viel verändert hier. Und das möchte ich euch nun zeigen. Bis zum nächsten Mal. Hier vor mir findet ihr die WC und die Dusche von dem Stellplatz. Was zum Spülen hat man hier auch und eine getrennte Müllentsorgung. Was zum Spülen hat man hier auch. Was zum Spülen hat man hier auch. Oh, oh.